Hallo zusammen, nachdem wir diese wunderschönen Pilze erstellt haben, in ganz einfachen Schritten, nämlich mit nur zwei Objekten, erstellen wir nun diesen Baum. Los geht's! Wir befinden uns jetzt in Blender und wir werden starten, indem wir genau wie beim ersten Mal zuerst die Lampe löschen und mit einem Zylinder starten wir wie beim ersten Mal, changen die Vertices wieder auf 8, also von 32 auf 8, scalen mit der Taste S, das Objekt down, also unseren Zylinder, bringen es ein bisschen hoch, das könnt ihr mit der Taste G machen oder mit den Pfeilen hier. Und ja, wir machen als allererstes jetzt wieder erstmal unseren Stumpf, jetzt gehen wir erstmal in den Face-Mode wieder, wechseln in den Edit-Mode und extruden wieder mit der Taste E. Okay, dann bringen wir uns das ein bisschen in Ausrichtung, so wie wir es gerne haben wollen, später wird man sowieso nicht viel mehr davon sehen, aber wir machen erstmal so, dass wir so eine gewisse Vorstellung von unserem Stumpf haben, extruden das Ganze gerne noch einmal, ihr könnt das machen, wie ihr wollt, ihr könnt natürlich auch eine Baumkrone oder sowas rausgucken lassen, aber das können wir auch später noch alles verschieben. In dem Sinne machen wir uns jetzt erstmal nur einen leichten Stumpf, ich wechsle ja nochmal mit die Vertices, scale ich nochmal ein bisschen down, das Ganze mache ich übrigens mit der Taste Alt und dann Links-Klick, so habe ich gleich den ganzen Vertice ausgewählt, also einfach plus Alt gedrückt halten und Links-Klick und dann müsste nicht jede Vertice da einzeln anklicken, also habt ihr gleich die ganze Reihe, ja, und das sieht doch eigentlich schon recht gut aus. Das muss ich mal jetzt hier nochmal ein bisschen, hier oben nochmal ein bisschen, aber wie gesagt, das da oben sieht man nachher gar nicht mehr. Und, ja, das sieht eigentlich schon mal recht gut aus, damit kann man arbeiten. So, und gerne können wir jetzt, wie beim letzten Mal, gerne das Material schon machen, ich mache das jetzt hier auch direkt, wir nennen das Ganze wieder Stumpf, wie bei unserem Pilz, und ich gehe mal kurz in den Cycles-Render, und wir flippen mal schnell die Direction, das haben wir nämlich auch schon vergessen. Und dann fangen wir auch schon direkt an und geben ihm mal eine Color, ich gehe unten auf Settings, Viewport Color, und ich gebe ihm ein schönes, edles Braun, vielleicht ein bisschen dunkler, ja, das schaut schon gut aus. Muss ich hier, nein, das ist alles schon drin, merkwürdigerweise. So, dann fangen wir jetzt auch schon direkt an, weiterzumachen. Wir gehen in den Object-Mode wieder, selektieren alles nicht mehr, also mit A. Ich ändere jetzt hier nochmal kurz die Hardness auf, machen wir mal 100. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch unsere Baumkrone, würde ich sagen. Und das Ganze machen wir wieder mit einem Cone, wer hätte es gedacht, ändern auf 8 Vertices, scale das down, bringen das Ganze hoch, und jetzt sieht es gerade noch aus wie ein Super Mushroom, wie aus unserem ersten Video, aber das wird sich gleich ändern. Ich bringe das nochmal ein bisschen in Ausrichtung. Das könnt ihr wieder machen, wie ihr wollt. Also, ich zeige euch da wirklich bloß, wie ihr mit ganz einfachen zwei Objekten das alles erstellen könnt. Und machen wir doch gleich das Material auch, würde ich sagen. Wenn das mal leaves, ähm, ich, na, das ist ein bisschen falsch geschrieben. So, leaves, ähm, und dem geben wir ein schönes Grün, würde ich sagen. Ich mach's jetzt erstmal so, das sieht eigentlich recht nett aus. Na, lassen wir's erstmal. Wir lassen erstmal das Grün, und dann später können wir ja nochmal gucken, Was uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind die anderen zwei Cones, und dazu selektieren wir unsere Cone erstmal aus, entweder einfach in der Leiste klicken, und dann drücken wir Shift und D, und bringen das Ganze runter, und dann scannen wir uns das noch ein bisschen zurecht. So haben wir jetzt genau zwei Cones untereinander, die natürlich ineinander in die Spitze gehen, und dasselbe machen wir jetzt noch ein drittes Mal. Scalen das wieder ein bisschen down, sodass das Endergebnis ungefähr so aussieht. Ich ändere jetzt nochmal die Color ein bisschen dunkler, bei dem ist das irgendwie noch ein bisschen zu hell. Machen wir mal ein etwas anderes Grün. Und, ja, jetzt ändern wir die Hardness hier auch nochmal auf 100, und das sieht auch schon sehr schön aus. Ja, ich bringe das Ganze jetzt nochmal ein wenig in Ausrichtung. Ich rotiere das jetzt nochmal hier ein bisschen, dass es ein bisschen zur Seite geht, also nicht alles so gleichmäßig aussieht. Den rotieren wir nach rechts, na, machen wir nach links, bringen wir mal ein Stückchen hoch. Die Cone sieht eigentlich schon recht gut aus, aber ich bringe die jetzt, ja, machen wir so. Gut, was wir jetzt noch machen könnten, wäre, dass wir jetzt an jeder Cone noch einmal extruden. Dazu gehen wir in den Edit-Mode bei der ersten, wechseln hier unten mal in den Face-Mode, selektieren uns die untere Face-Seite, extruden mit E, scale das ein bisschen raus, und das Ganze machen wir jetzt bei den anderen Cones auch noch einmal. Also Face-Mode extruden E, scale, und Face-Mode extruden E, scale, sodass wir das alles schön ein bisschen draußen haben. Und ich muss mir das noch mal im Render-Modus angucken, vielleicht bringen wir es auch noch mal nach innen. Mal schauen, also so sieht es jetzt nicht gerade so schön aus, aber wir werden mal sehen, wie es gleich wirkt. Ja, und damit ihr gleich eine Vorstellung habt, wie es ungefähr aussieht, bereite ich jetzt mal das Render-Setting vor. Da mir das jetzt nicht so gefallen hat, habe ich die vertices jetzt noch mal reingebracht. Und das könnt ihr auch einfach machen. Also das, was wir vorher extrudet haben und rausgebracht haben, habe ich jetzt wieder ein Stückchen nach unten gemacht, sodass es so einen 90-Grad-Winkel, sage ich mal, nach unten geht. Was wir dann ebenfalls noch machen können, ist, den einfach mal komplett auszuwählen und zu duplikaten mit Shift-D. Ich wähle jetzt mal hier alles aus, dass ich mein Plane nicht habe. Shift-D und dann einfach auf der, ich mache jetzt mal auf der X-Achse und dann auf der Y-Achse, äh, andersrum Y und dann X. Und dann bringe ich mir den so ein Stückchen vor und dann sieht unser Ergebnis so aus. Und damit kann man recht zufrieden sein. Ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Würde mich total freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.